Ist das nicht schön? Die Folge 10. Die Folge 10 der Jesterchips beginnt mit einem kleinen Nachtrag zur Folge 9. Denn da habe ich es ja, warum auch immer, irgendwie nicht hingekriegt, den Floppy-Emulator von Lotharik, Revision F, als externes Laufwerk am Amiga an den Start zu bekommen. Wie auch immer es funktioniert, habe ich vermutlich nur etwas blöd angestellt. Das Ding wird eingestellt auf ID 0A, alles andere bleibt auf 0 und dann kann man das Ding auch ganz normal als ein externes Laufwerk zum Einsatz bringen. Aber jetzt zurück zu unserem Amiga 2000. Es geht ja um ein wichtiges Thema, jetzt nämlich Massenspeicher. Es geht um Festplatten und es geht um Buddhismus. Ja, so ähnlich. IDE gegen Skassi, MFM ist Schrott. Warum das Ganze, erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß dabei. Hier kommen die 10. Jesterchips. Der Amiga 2000 sollte ein Business-Rechner sein und vor allem bei der Videobearbeitung war er ein regelrechter Platzhirsch. Aber Videobearbeitung bedeutete damals das gleiche wie heute. Viel Speicherplatz wird benötigt und auch da war die Lösung schon damals eine Festplatte. Auf dem Mainboard des Amiga 2000 sucht man allerdings einen Festplattenanschluss vergeblich. Er hat so etwas nicht. Wenn man also eine Festplatte einbauen wollte, dann brauchte man erstmal einen passenden Controller dafür. Zur Auswahl stand das Modified Frequency Modulation Verfahren erkennbar an den zwei Flachbandkabeln, die vom Controller zur Festplatte gehen. Für heutige Zwecke nicht mehr wirklich einsetzbar. Die Festplatten sind uralt. Das gleiche gilt für die Controller. Was die Einrichtung angeht, sind sie recht zickig. Die Festplatten sind in der Regel laut. Von der Kapazität her sind sie klein. Und eigentlich ist MFM auch so kurz nach den Dinosauriern ausgestorben. Von der Technik her ist MFM übrigens das gleiche Verfahren, was auch die Diskettenlaufwerke verwenden. Wesentlich nennenswerter ist die Skassi-Schnittstelle. Beim Amiga ist Skassi die Schnittstelle für Massenspeicher schlechthin. Der Amiga 3000 hatte sogar eine Skassi-Schnittstelle direkt auf dem Mainboard. Zu guter Letzt gibt es noch IDE. IDE dürfte den meisten noch gängig bekannt sein. Das war auch die Standardschnittstelle in unseren PCs, bevor sie von SATA abgelöst wurde. Wie wir es vom Amiga 1200 kennen, hat IDE den Charme, dass man hier mit relativ wenig Aufwand eine Compact-Flash-Karte einsetzen kann. Und damit haben wir einen vollkommen geräuschlosen Festplattenbetrieb. Ich möchte euch jetzt zwei Varianten zeigen. Das eine ist die A2091 von Commodore. Ein Skassi-Controller für den Amiga 2000. Auch einsetzbar beim 3000er und 4000er. Er liefert auch gleich noch ein bisschen Arbeitsspeicher mit. Und ein Stück neuere Technik von Individual Computers. Der Buddha Flash Phoenix Edition. Ein kleiner IDE-Controller mit viel Anschlussmöglichkeiten. Warum ausgerechnet diese beiden? Sie sind verdammt einfach einzurichten. Und man bekommt sie noch recht einfach. Das heißt relativ einfach. Naja, mit Geduld und Geld. Wie eben immer beim Amiga. Der Buddha Flash Phoenix kommt sehr kompakt daher. Er hat kein Slotblech, sodass die Möglichkeit besteht, in falsch herum in einen Zorro-Slot einzubauen. Daher merke, immer die bestückte Seite in Richtung Laufwerksbrücke oder Netzteil richten. Der Buddha liefert uns zwei IDE-Schnittstellen. Eine 40- und eine 44-polige, an welche jeweils nach dem Master-Slave-Verfahren zwei Geräte angeschlossen werden können. In Summe können also bis zu vier IDE-Geräte zum Einsatz kommen. Wenn man den 44-poligen Anschluss verwenden möchte, muss man darauf achten, dem Buddha extra Power zu geben über diesen Anschluss. Wichtig! Das ist eine Spannungsversorgung und keine Spannungsquelle. Nur Input, nix Output. Sonst kaputt. Neben den IDE-Schnittstellen liefert der Buddha noch einen Clock-Port, welchen man sonst nur aus AGA-Amigas kennt. Der Anschluss der Laufwerke erfolgt genauso, wie man es von einem PC kennt. Lässt man im Amiga 2000 ein Diskettenlaufwerk weg oder den großen 5,25 Zoll Schacht frei, so kann man dort problemlos eine Festplatte installieren. Sind die beiden Schächte jedoch belegt, wird es schon eng in dieser Kiste. Eine schöne, saubere, schnelle und geräuschlose Alternative zur klassischen mechanischen Festplatte stellen diese IDE-Flash-Laufwerke dar. Sie werden einfach nur auf den IDE-Port aufgesteckt, mit Strom versorgt und schon kann es losgehen. Nachteil, der IDE-Port ist nun regelrecht dicht. Ein zweites Laufwerk kann man hier nicht mehr anschließen. Das heißt, man könnte es natürlich schon mit entsprechenden Kabeln. Ein weiterer Nachteil des Moduls, der IDE-Anschluss. Klingt paradox erstmal, naja, nun, wenn das Modul eingebaut ist und dort bleiben soll, dann ist die IDE-Schnittstelle kein Nachteil. Aber wenn man Datenaustausch betreiben will oder muss, dann ist die IDE-Schnittstelle nicht sehr benutzerfreundlich. Da denkt man doch gleich korrekterweise an Compact-Flash-Karten. Die sind ebenfalls leise und recht fix. Nur leider mag der Buddha mit vielen Compact-Flash-Karten nicht spielen. Man kann ihn aber dazu überreden, was aber einen weiteren Invest bedeutet. Darf ich vorstellen, der True IDE-Adapter und wie es der Zufall will, auch aus dem Hause Individual Computers. Es ist ein aktiver IDE-Auf-Compact-Flash-Adapter und soll, so sagt zumindest der Hersteller, jede Compact-Flash-Karte kompatibel zum Buddha machen. Erwähnenswert sind die beiden Compact-Flash-Slots, die der True IDE hat, Master und Slave. Auch sehr schön, der entweder gerade oder 90 Grad gewinkelte IDE-Anschluss, den man optimal auf den Buddha aufstecken kann. Die Nutzung des 44-poligen IDE-Anschlusses wird dadurch jedoch etwas erschwert. Ist aber möglich. Nebenbei sei noch bemerkt, dass man den True IDE-Adapter auch an jeder anderen IDE-Schnittstelle, zum Beispiel in einem alten PC, zum Einsatz bringen kann. Er ist nicht explizit für den Buddha hergestellt worden, sondern generell für das Problem, dass manche Compact-Flash-Karten von bestimmten Systemen nicht als Festplatte akzeptiert werden. Die A20-91 von Commodore, ein hübsches Stückchen Amiga-Klassik-Hardware. Diese Karte ist eine sogenannte File-Karte. Das bedeutet, dass auf der Karte selbst ein Platz vorgesehen ist, um dort eine Festplatte zu installieren. Neben dem SCSI-Controller kann die A20-91 auch noch mit bis zu 2 MB Fastmem aufwarten. Damit diese korrekt funktionieren, muss der Jumper entsprechend der Speichergröße gesetzt werden. Neben dem internen 50-poligen SCSI-Anschluss gibt es auch noch einen 25-poligen SCSI-Anschluss am Slotblech. Durch ihre DMA-Fähigkeit ist die A20-91 recht fix in Sachen Datentransfer. Es können bis zu 7 Geräte an den SCSI-Bus angeschlossen werden. Wie bei den meisten Amiga-Erweiterungen von Commodore ist auch die A20-91 problemlos einzurichten. Leider gibt es aber auch wieder eine kleine Ausschließlichkeitenliste. Die Karte verfügt über ein Autogut-ROM, was damals keine Selbstverständlichkeit war. Nur mit Autogut kann der Amiga direkt von Festplatte starten. Dies funktioniert aber nur mit einem Kickstart-ROM 1.3 oder besser. In unserem A2000 hier arbeitet ja ein 3.1er-Kickstart, also das ist kein Problem. Die A20-91 arbeitet einwandfrei mit Turbokarten zusammen, solange diese nicht einen 48-040er-Prozessor oder besser haben. Dann ist nämlich die Voraussetzung, dass die ROMs auf der A20-91 mindestens Version 7 sind. Man kann diese Karte übrigens auch im Amiga 3000 und Amiga 4000 einsetzen, nur ohne entsprechende Patches ist es geschwindigkeitstechnisch einfach eine Katastrophe. Die A20-91 gehört in den A2000 und genau dort wollen wir sie jetzt auch einsetzen. Nach dieser kleinen Vorstellungsrunde unserer beiden Controller dürfte jetzt schon klar sein, dass es wesentlich einfacher sein dürfte, an IDE-Laufwerke heranzukommen, wenn man unbedingt mechanische benutzen möchte und noch viel leichter ist die Lösung mit den Flash-Modulen oder der Compact-Flash-Karte. Was die SCASI-Festplatten angeht, nun, da wird es schon etwas eng in der Zeit. Denn 50-polige SCASI-Festplatten sind heutzutage zwar noch gebraucht zu bekommen, aber doch schon sehr betagt. Wenn man also nicht Gefahr laufen möchte, bald mit einer freckten Festplatte dazustehen, sollte man sich ein paar Gedanken über etwas Neueres machen. Nur, es gibt keine neuen 50-poligen SCASI-Platten. Aber mit einem weiteren Invest, es geht wieder ums Geld, können wir aus SCASI IDE machen. Zum Beispiel mit diesem Dingelchen hier, dem ACARD AEC 7720U. Wie bei SCASI-Geräten üblich, gibt es kein Master und Slave, sondern ID-Nummern, welche jedem angeschlossenen Gerät einmalig zugeordnet werden. Gegenüber dem SCASI-Bus bildet die ACARD das angeschlossene Gerät und somit verpassen wir diese mittels Jumper eine ID. Zu beachten ist, dass auch der SCASI-Controller selbst eine ID-Nummer hat. Normalerweise ist das die 0. Wenn man sich nicht sicher ist, verwendet man für seine Laufwerke einfach ID-Nummern im Bereich von 1 bis 6. Hinter der ACARD kann nur ein IDE-Laufwerk angeschlossen werden. Also bitte nicht auf die Idee kommen, dass man hier jetzt auch nochmal mit Master und Slave arbeiten könnte. Das heißt, so richtig sicher weiß ich das nicht. In der Bedienungsanleitung wird davon nicht gesprochen. Aber zum heutigen Zeitpunkt kostet die ACARD gut und gerne 100 Euro. Möchte ich es auch nicht wirklich mit Experimenten jetzt ausprobieren. Zu Vergleichszwecken pappe ich hier hinter die ACARD die gleiche CF-Karte wie beim Buddha in einem True IDE Adapter. Das Einrichten der Festplatte und die Installation der Workbench funktioniert bei beiden Karten, Buddha und A2091, absolut gleich. Bei beiden Karten braucht man keine zusätzliche Software. Einfach die Install-Diskette der Workbench 3.1 einlegen und die Installation starten. Dies geht deshalb so einfach, weil beide Karten das SCASI-Device verwenden. Das Standard-Festplatten-Device, welches bei jedem Amiga-Modell genau so heißt. Hier darf man sich von dem Namen nicht verrückt machen lassen. SCASI-Device, also SCASI, ist der Überbegriff für alles. In einem Amiga 1200 zum Beispiel ist ja definitiv ein IDE-Anschluss vorhanden und das Device heißt trotzdem SCASI-Device. Bei Festplatten-Controller-Modellen von anderen Herstellern muss man oftmals erst unter den Piktogramm-Informationen das Device umbenennen, bevor man die HD-Toolbox dann benutzen kann. Wie die Installation von statt und geht, zeige ich hier jetzt nicht noch einmal. Es ist die gleiche Prozedur wie bei jedem anderen Amiga auch. Zu sehen ist das Ganze hier in der Folge 2 der Jester-Chips. Die Tatsache, dass Buddha und A2091 das SCASI-Device verwenden, wird auch in einer späteren Folge, wenn wir uns dann endlich mal um die Bridgeboards kümmern und hier im Speziellen dann um den Einsatz einer Festplattenpartition, welche wir speziell dem Bridgeboard zur Verfügung stellen wollen, eine ganz massive Rolle spielen. Denn ohne größere Veränderungen mögen die Commodore Bridgeboards nur mit dem SCASI-Device zusammenarbeiten. Richtet euch also jetzt mittels der HD-Toolbox eure Festplatte ein, installiert die Workbench darauf, achtet aber bei den Partitionieren darauf, dass ihr euch entweder eine Partition anlegt, die ihr später wieder schmerzfrei löschen könnt, oder lasst gleich ein paar Megabyte, so 100 oder 200, je nachdem, was ihr später für die Bridgeboard-Partition verwenden wollt, frei. Ich sollte vielleicht jetzt schon sagen, was ich später mit dem Bridgeboard vorhabe. Auf diese Partition installieren wir MS-DOS und vielleicht noch Windows 3.1 oder 3.11. Ja, ihr habt richtig gehört. Wir laden uns also den Klassenfeind zum Tee ein. Ratte mal, wer zum Essen kommt. Welcher der beiden Controller ist nun der bessere? Machen wir den Speed-Check. Wie lange braucht die A2091, um die Workbench 3.1 zu laden? Unser hochpräzises Messmittel hier, ein Radioweckel. Und es sind etwa 18 Sekunden. Damit hätten wir die Messlatte gelegt. Und was sagt Sys-Info zur Datenübertragungsrate? 1,4 Megabyte pro Sekunde. Das ist ein durchaus ordentlicher Wert für die Tatsache, dass wir hier noch keinerlei Software-Tuning vorgenommen haben. Aber mit 1,4 Megabyte kann man hier im Hamiga 2000 schon sehr gut leben. Und jetzt kommen wir zum Buddha. Die A2091 fliegt aus dem Hamiga 2000 raus. Der Buddha kommt rein. Und damit wir vergleichbare Messergebnisse erzielen, schließe ich hier im True-ID-Adapter die gleiche Compact-Flashkarte an, wie sie auch in der A2091 eingebaut war. Man sieht gleich, der Buddha ist viel kleiner, viel übersichtlicher und eigentlich auch viel schöner anzusehen, wenn er in dem Hamiga 2000 eingebaut ist. Geschmackssache. Hier ist wieder der gnadenlose Radio-Wecker. Und jetzt schauen wir mal, wie lange braucht der Buddha von 0 auf 100 in Sachen Workbench 3.1. Ja, das ist jetzt langweilig. Auch ungefähr 18 Sekunden. Also hier geben sich die beiden Controller überhaupt nichts. Fragen wir nochmal Sys-Info, wie es mit der Datenübertragungsrate aussieht. Reading the Drive. Es wird spannend. Hm, das ist jetzt ein wenig enttäuschend. Gut ein Drittel der Leistung des A2091. Zur Eher-Rettung des Buddha muss man aber dazu sagen, dass es durchaus Softwaretechnik Möglichkeiten gibt, diesen Wert noch zu pimpen. Das hier war jetzt lediglich ein 1 zu 1 Vergleich der beiden Controller, wenn man in Software-seitig überhaupt nicht nachhilft. Es sei aber auch gesagt, dass mit dieser Übertragungsrate von etwa 500 KB pro Sekunde man mit der Workbench 3.1 immer noch sehr gut arbeiten kann. Und für die klassischen Spiele reicht das allemal. Stellt sich also nun abschließend die Frage, welcher der beiden Controller ist besser? Und auf diese Frage gibt es wie so oft beim Amiga keine Patentantwort. Es kommt wieder darauf an, was man damit machen möchte. Wir haben ja vor, in diesen Amiga 2000 später noch ein Bridgeboard zu installieren. Dafür wären beide Controller bestens geeignet. Wenn man aber das nicht vorhat und einfach nur den Amiga als das benutzen möchte, was er ist, nämlich als Amiga, und wenn man Geschwindigkeitsfreak ist, dann sind diese beiden Controller nix. Denn die Datenübertragungsgeschwindigkeit wird, wenn nicht durch die Controller selbst, spätestens durch den Zorro 2-Bus limitiert. Möchte man also das Maximum an Datentransferrate pro Sekunde herausholen, so muss man sich eine Turbo-Karte holen, die ihren eigenen Festplatten-Controller dabei hat. Wie zum Beispiel dieses Schätzchen hier, die angeblich schnellste Turbo-Karte für den Amiga 2000. Von Phase 5, die Blizzard 2060 mit einem 68060-Prozessorabwerk auf 50 MHz getaktet und mit bis zu 128 MB Fast RAM bestückbar. Sie hat einen SCSI-Controller an Bord und mit dem Ding, also ich kann das behaupten, ich habe das Ding, hebt der Amiga regelrecht ab. Die 2060 tritt dem Amiga 2000 regelrecht die Gicht aus den Knochen. Nur für den Bridgeboard-Einsatz ist das Ding gänzlich ungeeignet, denn das verwendete Festplatten-Device heißt 2060-Device und eben nicht SCSI-Device und aus diesem Grund wandert der Buddha jetzt wieder zurück in den Amiga, in dem die 2060 arbeitet. Ich brauche dort das SCSI-Device, damit das Bridgeboard seine Festplatte finden kann. In unserem Bastel Amiga 2000 hier verbleibt demnach die A2091 von Commodore. Naja, und über die 2 MB zusätzliche Fast RAM sind wir ja auch nicht böse. Also das Fazit am Schluss, die A2091 ist ein wenig schneller, bringt ein bisschen Arbeitsspeicher mit, der Buddha punktet vor allem mit seinen zwei IDE-Ports, weil man dafür noch einfacher Massenspeicher bekommen kann und durch so eine neuere Technologie ist der kleine, im Amiga 2000 sieht es nicht ganz so verstopft aus. Für den Bridgeboard-Einsatz sind sie beide bestens geeignet und was das Preisliche angeht, so halten sie sich noch im Rahmen, zumindest zum heutigen Stand. Ein kleiner Praxistipp aus der Schublade, was nicht passt, wird passend gemacht. Wenn man im 5,25 Zoll Schacht ein Laufwerk installiert hat, wie etwa ein CD-ROM-Laufwerk oder ein 5,25 Diskettenlaufwerk, dann gibt es die Möglichkeit, das Ganze etwas unorthodox zu lösen. Einfach die A-Card nehmen mit angeschlossenem True IDE, in Compact Flashkarte oder aber die A-Card mit einer 2,5 Zoll Festplatte vorne dran. Das Ganze ein bisschen einpacken, damit es keine Kurzschlüsse gibt. Hier unten drunter halten und von unten das 5,25 Zoll Laufwerk reinschieben. Klemmt wunderbar, passt, besteht mit Sicherheit kein Schock- und Vibrationstest, aber für den Desktop-Einsatz ist es allemal ausreichend. Zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis. Ich habe im Video diese beiden Adapter hier gezeigt. Beide dienen zum Verbinden von zwei IDE-Buchsen miteinander. Kommt bitte nicht auf die Idee, eine einfache Stiftleiste zu verwenden. Damit würdet ihr die Pinbelegung spiegelverkehrt auflegen. Und dann gilt wieder das Naturgesetz. Der Schwächere gibt nach. Und das soll es nun gewesen sein mit der letzten Folge der Yesterchips im Jahr 2013. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit unserem Amiga 2000. Wir spendieren ihm noch ein CD-ROM-Laufwerk. Er bekommt einen Herzschrittmacher eingepflanzt. Und wir versuchen aus einem alten Scan-Doubler ein halbwegs brauchbares VGA-Signal herauszukitzeln. Ja, und dann irgendwann kommen wir auch mal zu den Bridgeboards. Für weitere Informationen stehen euch zur Verfügung das Forum 64, das Forum von A1K.org, das Forum vom Circuitboard und noch der Verein zum Erhalt klassischer Computer, dessen Forum ist zu erreichen unter Classic Computing. Ja, und zu aller fricksten Not gibt es mich auch noch. Solltet ihr dieses Video noch vor den Feiertagen sehen, wünsche ich euch jetzt schon mal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und hebt euch ein bisschen vom Weihnachtsgeld auf, denn die Amiga-Hardware wird nicht billiger werden. Apropos Amiga-Hardware. Ich spiele jetzt noch ein bisschen mit dem, was gestern in der Post gekommen ist. Die neue Turbo-Karte von Individual Computers, die ACA 500. Ich weiß noch nicht so recht, was ich davon halten soll. Alles, was ich hier sehe, ist, dass das Ding extern angeschlossen wird. Es ist kein Gehäuse dabei, es ist schon mal mies. Aber was schon mal schick ist, es sind zwei Compact-Flash-Karten-Slots da auch vorhanden. Das Ding soll mit dem Windows-FAT-Dateisystem umgehen können. Und im ROM ist das Kickstarter-ROM 1.3 und 3.1 vorhanden. Und schaut euch mal dieses Boot-Menü hier an. Erinnert mich direkt an Katakis bzw. Dinaris. Also dann, ich gehe jetzt noch ein bisschen basteln und ich wünsche euch was. Bis dann, ade und bye-bye, euer Mick. Der Computer ist also ein relativ neues Stück Hardware. Ja, genau, mal runterschmeißen. Das Image vom Sonics aus... Scheiße, das ist falsch. Das ist der Verkehrte. Die Verwendung einer Compact-Flash-Karte schreit hier nahezu nach einem separaten Einsatz in... Ja. Aha. Ja, aber ich muss schon früh um 10. Okay, gut, alles klar. Hallo! Da bin ich wieder! Das war eine Scheiße. Ja! Untertitelung des ZDF, 2020